Hier handelt es sich um das Endothelzellgerät von der Firma Nidec. Das heißt, wir messen das sogenannte Endothel. Das Endothel, das sind die Zellen, die sich an der Hornhautrückfläche befinden und wir können hier die Anzahl der Zellen sowie auch die Form der Zellen messen. Das wird automatisch gezählt und aufgrund von der Zellzahl, Anzahl der Zellen pro Quadratmillimeter, kann man auch den Zustand des Endothels abschätzen. Diese Messung wird häufig durchgeführt vor der Operation des Grauen Starrs, vor dem Linsenaustaus oder vor der Implantation der Fakenlinsen.